London. Eine Weltstadt mit zwei Gesichtern. Strahlend schön am Tage. Aber nachts, wenn der Nebel steigt, wird es unheimlich in den Hafengassen. Die Toten Augen von London. Ein Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace. Eine Bande nannte sich so. Blinderhaussierer, die ihre Verbrechen nur in der Nacht ausführten. Jeden Morgen entdeckt die Polizei ein neues Verbrechen. Wer ist der Tote? In allen Schlupfwinkeln der Londoner Unterwelt sucht Scotland Yard den geheimnisvollen Chef der Bande. Also pass auf, wer kommt da der Abend nochmal her? Ja, wer hat sie gewartet? Sehr schmeichelhaft. Und warum? Wer plaudert, stirbt. Ich verpfeife niemanden. Achtung, heiß. Sehr heiß. Hilfe! 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 Wieder mal zu spät. Aber das ist ja entsetzlich, was ich da höre, Inspektor. Jetzt sagen Sie mir, wer sie angestiftet hat. Ich? Ich weiß noch von nichts! Die Toten Augen von London. Was kann ich für Sie tun? Wo befindet sich der Schlupfwinkel des Blinden, Jack? Seit einem Jahr ungefähr? Ist er verschwunden? Dann sagen die Polizei alles, was du weißt. Ich habe ihn mit Jack gehorcht nur seinem Chef. Ich weiß, ich weiß aber. Vielleicht bin ich sein Chef. Alfred Forer inszenierte diesen atemberaubenden Kriminalfilm, bei dem jeder verdächtig ist. Alfred Forer inszenierte diesen atemberaubenden Kriminalfilm, bei dem jeder verdächtig ist. Flimmer, Alfred, hat wohl die Hosen voll. Ach, du grüne Neule. Eine Rialto-Produktion im Prismafilmverleih. Immer wenn der Nebel steigt, erwachen die toten Augen von London. Laut Statistik gibt es in London pro Jahr mehr als 40 Nebelnächte. Und wer wird das Opfer dieser Nacht sein? Es ist unmöglich, von Edgar Wallis nicht gefesselt zu sein.